Und wisst ihr, oft, wenn etwas passiert, dann denken wir folgendes. Er ist ein Opfer und er ist ein Täter. Und auf eine Situation vielleicht mag es auch so sein. Aber wenn wir das im Ganzen betrachten, objektiv, mehr noch würde ich sagen, aus dem Blickwinkel Gottes, dann kann es oft so sein, dass wir Menschen, Opfer und Täter in einem sind. Und Jesus Christus steckt heute seine Hand zu dir und zu mir aus. Und er möchte uns einen Tausch anbieten. Er sagt, gib mir deinen Schmerz. Er sagt, gib mir deinen Schmerz. Ja, preis dem Herrn, Brüder und Schwestern, Freunde, Gäste und alle, die ihr heute hier seid. Ich möchte euch gerne begrüßen in der Liebe unseres Herrn Jesus Christus an diesem wunderschönen Sonntag, den uns Gott geschenkt hat. Und eine zentrale Aussage der Bibel ist, das ist die Vergebung. Die Vergebung ist im Kopf leicht zu verstehen. Aber sehr oft in der Tat schwer umzusetzen. Ich möchte gerne mit euch auf eine Geschichte schauen im Alten Testament. Wir wissen, dass das Volk Gottes von Gott einen König gefordert hat. Und Gott hörte auf ihre Bitte und er gab ihnen einen König. Sein Name war Saul. Und nachdem Saul König wurde, hat er durch Gottes Hilfe einige Siege gehabt. Er führte das Volk Israel aus der Freiheit von seinen Feinden. Er führte das Volk Israel aus der Freiheit von seinen Feinden. Und am Anfang tat Saul den Willen Gottes. Doch es kam dann die Zeit, dass sein Herz gewichen ist von Gott. Und Saul fing an, mehr die Ehre von Menschen zu suchen, als den Willen Gottes zu erfüllen. Und daraufhin hat Gott Saul verworfen. Und Gott sprach zu dem Propheten Samuel. Ich habe Saul verworfen. Und ich werde einen neuen König erwählen. Und ich werde einen neuen König erwählen. Und sein Name ist David. Doch David wurde nicht sofort König. Obwohl Samuel prophezeit hat über sein Leben, dass David König sein wird. Und ihn auch schon gesalbt hat mit Öl zu diesem Dienst. Und wurde David trotzdem nicht sofort König. Am Anfang war David ein Waffenträger von Saul. Und richtig berühmt wurde David erst dann, als Gott ihm den Sieg gegeben hat über den Philister Goliath. Goliath war ein sehr starker und sehr großer Mensch. Man sagt, ungefähr drei Meter war er groß. Und die Soldaten Israels, sie fürchteten sich vor Goliath. Keiner wollte gegen ihn kämpfen. Aber David wusste, dass Gott mit ihm zieht und er kann ihn besiegen. Und an diesem Tag hat Gott David einen sehr großen Sieg gegeben. Und David wurde sehr berühmt im ganzen Volk. Er hatte Ansehen bei den Menschen und sogar von Saul. Und Saul setzte ihn über seine ganzen Kriegsleute und er führte sie in die Schlachten. Doch eines Tages kam David von einem großen Sieg wieder nach Hause. Und dann ist Folgendes geschehen. Und das können wir lesen im 1. Samuel, Kapitel 18, Vers 7 bis 9. 1. Samuel, Kapitel 18, Vers 7 bis 9. Und David kam zurück und die Frauen tanzten und sangen und riefen, Saul hat seine Tausend erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, Sie haben David Zehntausend gegeben und mir haben sie nur die Tausend gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jedem Antrag und hinfort. Wir sehen hier, dass die Frauen gesungen haben, dass Saul Tausende erschlagen hat, aber David hat Zehntausende erschlagen. Und David wurde auf einmal beliebter als Saul selbst. Und das war böse in den Augen von Saul. Und er wurde neidisch auf David. Er befürchtete, dass David seinen Platz einnimmt. Und von diesem Tag an wurde David sein Todfeind. Und Saul hat mehrere Mordversuche gegen David geplant. Und er hat zum Beispiel Sperre auf ihn geschmissen. David konnte ausweichen. Ein Plan war es, David in die Schlachten zu schicken, damit er von den Feinden getötet wird. Auch das hat nicht geklappt. Dann hat er seinen Leuten befohlen, dass sie David töten, wenn er im Bett liegt. Aber auch da konnte David entkommen. Und dann hat es Saul nochmal versucht mit den Sperren, hat er nochmal auf ihn Sperre geschmissen. Und David konnte auch diesmal ausweichen. Und da steht geschrieben, dass Saul gesehen hat, dass der Herr mit David war. Und dann fürchtete er sich noch mehr vor David. Und der Sohn von Saul, Jonathan, er warnte David. David und Jonathan, sie waren gute Freunde. Er sagte, du bist nicht mehr sicher im Hause meines Vaters. Mein Vater hat entschieden, dich zu töten. Du musst fliehen. Und das tat David auch. Und der erste Zufluchtsort, den David hatte, das war der Priester Achimelich. Und David kam zu diesem Priester. David kam zu diesem Priester. Und er fragte, ob er was zu essen hat. Und der Priester fragte David. Und der Priester fragte David. Warum hast du nichts mit dir genommen? Warum hast du nichts mit dir genommen? Er удивился. Warum hast du nichts mit dir genommen? Ich habe einfach nicht gehört. Und David hat gelogen, weil er Angst hatte. Er sagte, der König hat mir eine wichtige Sache, ja, er hat mir einen wichtigen Auftrag gegeben. Und die Sache war so dringend, dass ich keine Zeit hatte, was mitzunehmen. Und der Priester hat dann David geholfen. Er hat ihm die Schaubote gegeben. Und er hat ihm das Schwert von dem Philister Goliath gegeben, den er einst besiegt hatte. Und David ist dann weitergezogen. Und als Saul das gehört hat, dass dieser Priester ihm geholfen hat, hat er diesen Priester zu sich gerufen. Und das können wir lesen im 1. Samuel, Kapitel 22, ab Vers 11. 1. Samuel, Kapitel 22, ab Vers 11. Da sandte der König hin und ließ dem Priester Archimelich den Sohn Achitubs rufen, sowie das ganze Haus seines Vaters, alle Priester in Nub. Und sie kamen alle zum König. Und Saul sagte, Höre doch, Sohn Achitubs. Er antwortete, Hier bin ich, mein Herr. Und Saul sagte zu ihm, Warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er als Verräter vor mir auftreten kann, wie es heute offenkundig ist? Archimelich antwortete dem König und sprach, Wer unter allen den Knechten ist wie David? Treu, Schwiegersohn des Königs, dazu Anführer deiner Leibwachen und geehrt in deinem Haus, habe ich erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei fern von mir. Der König lege nicht solches, seine Knecht nicht zur Last, auch nicht dem ganzen Haus meines Vaters. Denn dein Knecht hat von alledem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Aber der König sagte, Sterben musst du, Archimelich, du und das ganze Haus deines Vaters. Und der König sagte zu den Leibwächtern, die um ihn hinstanden, Tretet her und tötet die Priester des Herrn, weil auch ihre Hand mit David ist und weil sie wussten, dass er auf der Flucht war und es mir nicht zu Ohren gebracht haben. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an den Priester des Herrn legen, um sie niederzumachen. Da sprach der König zu Doeg, Tritt du heran, mache die Priester nieder. Und Doeg, der Edomiter, trat heran und er machte die Priester nieder und er tötete an diesem Tag 85 Mann, die das leinende Effort trugen. Und Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwertes, Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwertes. Wir sehen hier, dass Saul in seiner blinden Wut eine sehr große Straftat begangen hat. Ich würde mehr noch sogar sagen, er hat sich sehr stark gegen Gott versündigt. Er hat 85 Männer töten lassen. Das waren keine gewöhnlichen Leute, das waren Priester. Das waren Diener Gottes. Und das war noch nicht genug in den Augen von Saul. Er schickte noch Leute in diese Stadt. Und dort wurden noch mehr Männer getötet. Frauen, Menschen, Menschen, Kinder, Säuglinge, Mladenzen, Rinder, Esel und Schafe sogar auch. Oslof, Korven, Becken, also Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun hatten, mussten sterben. Und David floh weiter. Er hat das alles mitbekommen. Man geht davon aus, dass David mehrere Jahre von Saul weggeflohen ist. Und in dieser Zeit hat David sich eine kleine Armee aufgebaut. Aber im Verhältnis zu der Armee Sauls, was die Anzahl angeht, was die Waffen angeht, was die Fähigkeiten an Soldaten angeht, war Saul sehr unterlegen. Und David blieb nichts anderes übrig, als von Ort zu Ort zu fliehen. Von Stadt zu Stadt, um sich immer zu verstecken. Doch dann ist etwas geschehen, was keiner so erwartet hat. David versteckte sich wieder vor Saul in einer Höhle. Und Saul ist mit seinen Kriegsleuten an dieser Höhle vorbeigegangen. Und es steht geschrieben, dass Saul in diese Höhle gegangen ist, um seine Notdurft zu verrichten. Aber Saul merkte nicht, dass David und seine Leute in dieser Höhle waren. Und die Soldaten von David, sie haben das gesehen? Und sie wenden sich zu David und sagen, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deine Feinde in deine Hand geben, damit du mit ihnen tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Gott gibt den Feind Davids in seine Hand. Und David kann jetzt entscheiden, was er mit ihnen macht. Und lasst uns mal schauen, wie David sich entschieden hat. Und das können wir lesen im 1. Samuel 24, 7 und 8. 1. Samuel, Kapitel 24, Vers 7 und 8. Sehr interessant. Die Soldaten von David menschlich gesehen hatten doch recht. Sie sagten, dein Feind ist vor dir, David. Der, der dich die ganze Zeit verfolgt. Du bist eigentlich unschuldig. Abgesehen davon geht er gegen den Willen Gottes. Er hat unschuldige Menschen getötet. Töte ihn. Und dann ist alles vorbei, David. Aber David war anders. Er fürchtete Gott. Und in seinen Augen war es besser, Saul zu vergeben, anstatt ihn zu töten. Und als Saul dann aus dieser Höhle gegangen ist, ging David auch raus. Und er rief zu Saul. Und er sagt, guck, das ist der Tag. An dem der Herr dich in meine Hand gegeben hat. Und ich hätte dich töten können. Aber dein Leben war in meinen Augen sehr wertvoll. Und möge mein Leben auch sehr wertvoll sein in deinen Augen. Und schaut mal, was Saul sagt. Das ist im selben Kapitel 24, Vers 19 und 20. Du hast heute bewiesen, da sagt Saul zu David, du hast heute bewiesen, wie du Gutes an mir getan hast, als der Herr dich in meine Hand ausgeliefert hat und du mich nicht umgebracht hast. Denn wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann im Guten seinen Weg gehen. So möge der Herr dir Gutes vergelten für das, was du heute an mir getan hast. Und einen sehr interessanten Satz sagt hier Saul. Er sagt, denn wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann im Guten seinen Weg gehen. Und ein sehr gutes Wort sagte Saul. Wenn jemand seinen Feind findet, dann lässt er ihn nicht gehen. Und Saul hat verstanden, was David hier gemacht hat. Und man möge denken, dass Saul seine Meinung geändert hat. Aber es verging eine gewisse Zeit und Saul fing weiter an, David zu verfolgen. Und es kam noch eine ähnliche Situation. Saul und seine Kriegsleute, sie haben sich in eine Wüste gelagert. Und sie sind alle eingeschlafen. Und David ging mit einigen Soldaten in dieses Lager hinein. Und sie standen halt wieder vor Saul, wo er geschlafen hat. Und der Soldat von David, er wendet sich wieder zu David. Und diesmal sagt er folgende Worte. Lass mich ihn mit dem Speer stechen. Und er wird nicht mehr aufstehen. Am ersten Mal sagten sie, David, mach du das in der Höhle. Aber sie haben gemerkt, dass David ihn verschont hat. Und die ganze Sache nicht geendet hat. Und jetzt sagt der Soldat, lass mich das lieber machen, David. Er wird nicht mehr aufstehen. Aber David sagt wieder diese Worte. Ich werde nicht meine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken. Und David hat ihn zum zweiten Mal verschont. Und es ist wieder Zeit vergangen. Und es kam doch der Moment, als Saul dann wirklich gestorben ist. der größte Feind von David ist gestorben. Und ein Botschafter kommt zu David und er erzählt ihm das. Und lass uns mal schauen, wie David reagiert hat, als er gehört hat, dass Saul gestorben ist. Und das lesen wir diesmal im zweiten Samuel, Kapitel 1, Vers 11 bis 12. Zweiter Samuel, Kapitel 1, Vers 11 bis 12. Zweiter 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 Israel, weil sie durch das Schwert gefallen waren. David freute sich nicht, dass sein Feind gestorben ist. Er fing an zu weinen. Er zerriss seine Kleider. Er fing an zu fasten und zu trauern, dass Saul und sein Sohn Jonathan gestorben ist. Und für mich persönlich ist das wirklich der Beweis, dass David Saul wirklich vergeben hat. Er hat sich nicht gefreut, dass sein Feind gestorben ist. Und wisst ihr, oft, wenn etwas passiert, dann denken wir Folgendes. Er ist ein Opfer und er ist ein Täter. ich Schmerz oder er Schmerz und dieser преступ ist. Und auf eine Situation vielleicht mag es auch so sein. Aber wenn wir das im Ganzen betrachten, objektiv, mehr aus dem Blickwinkel Gottes dann kann es oft so sein, dass wir Menschen, Opfer und Täter in einem sind. dass wir Menschen одновременно можем sein und Schmerz und преступ sein. Und nicht zu selten ist es so, dass die Opfer von heute die Täter von morgen sind. Und ich möchte diesen Gedanke noch mal wiederholen. Ich möchte noch mal повторить das. Die Opfer von heute sind meistens Täter von morgen. Lass uns noch mal kurz auf David schauen. David hatte eine Zeit lang, wo er weggelaufen ist vor Saul. Er war ein Opfer. Er war unschuldig. Doch dann ist Zeit vergangen. Saul ist gestorben. David wurde König. Und David hat eine sehr große Sünde begangen. An seinen Händen klebte unschuldiges Blut. Und so sehen wir, dass David nicht nur ein Opfer ist, sondern auch ein Täter in einem und einem und anderen. Und ich denke, es ist für uns heute wichtig, dass wir genau wie David heute Vergebung sehen. Damit wir eines Tages, wir wissen nicht, was in Zukunft auf uns noch kommt, wir auch Vergebung ernten können. Und wahrscheinlich benötigen wir an erster Stelle Vergebung von Gott, aber auch von den Menschen. Und deshalb ist es wichtig, heute gnädig zu sein. Ich möchte gerne ein Zeugnis erzählen von einer Frau, die ich gehört habe. Das war eine Familie, Mann und Frau. Und sie hatten zwei Töchter. Tiefschlag in ihrem Leben kam 1992. Kam die Scheidung zwischen dem Mann und der Frau. Und die Mutter blieb alleine mit den zwei Töchtern. Und am Anfang war das sehr schwierig, aber sie haben gelernt, zu dritt auszukommen. Und die ältere Tochter fing an, sich um die jüngere Tochter zu kümmern wie eine Mutter. Weil die Mutter arbeiten musste. Und in der Millennium Nacht Jahr war Das ist der Übergang von 1999 in das Jahr 2000. war der ältere Tochter vor, eine Feier zu machen mit ihren Freundinnen. star star und abends als die Feier dann vorbei waren, wollten die drei Mädels nach Hause fahren. Aber sie sind in den falschen Bus eingestiegen und der Bus hat sie in ein anderes Dorf gebracht. Und ich denke mal, wir kennen das im Dorf, da fahren die Busse nicht so regelmäßig. Und diese drei Mädchen haben entschieden zu Fuß nach Hause zu gehen. Und als sie auf dem Weg waren, hielt ein Auto an. Und ein Mann fragte sie, wohin wollt ihr? Und sie erklärten, wer wohin möchte, in welches Dorf. Er sagte, ich kann zwei von euch Mädchen mitnehmen, denn euer Weg liegt auf meinem Weg. Aber das andere Mädchen kann ich nicht mitnehmen, weil das ein zu großer Umweg für mich wäre. Und diese Tochter von dieser Frau, sie sagte, es ist kein Problem. Meine Oma wohnt hier in der Nähe. Ich kann notfalls zu ihr gehen. Oder meine Mutter anrufen, und sie wird mich abholen. Fahrt ihr ohne mich. Und an diesem Abend weiß keiner, ob sie bei der Oma geklingelt hat oder nicht. Vielleicht hat sie geklingelt und die Oma hat nachts nicht gehört. Die Mutter hat sie auf jeden Fall nicht angerufen. Weil die Mutter war krank in diesem Zeitpunkt und sie wollte sie nicht belasten. Und sie hat entschieden zu Fuß nach Hause zu gehen. Ein Kilometer vor ihrem Zuhause hält wieder dieses Auto an mit diesem Mann. Und dieser Mann sagt ich habe mir das anders überlegt. Ich werde dich nach Hause fahren. Und sie ist in dieses Auto eingestiegen. Aber leider ist sie zu Hause niemals angekommen. Ich denke ihr könnt euch vorstellen was geschehen ist. Ich werde jetzt nicht in Einzelheiten gehen. Am nächsten Tag hat die Mutter gemerkt, dass die Tochter nicht zu Hause ist. Und sie fing überall an zu rufen. Auf ihr Telefon. Sie ging natürlich nicht ran. Und sie hat überall nachgefragt bei ihren Freundinnen, bei der Oma, ob sie da ist. Und als sie nicht aufzufinden war, hat die Mutter die Polizei eingeschaltet. Und einen Tag später hat man dieses Mädchen gefunden auf einem Feld. Und die Polizei konnte den Täter sehr schnell finden. aufgrund der Aussagen von den Freundinnen. Und so kam ein sehr großer Schicksalsschlag in diese Familie. Und diese Mutter und ihre jüngere Tochter sind in eine sehr starke Depression verfallen. Die Menschen, die Freunde um ihnen herum, die Familien, die haben versucht ihnen zu helfen. Aber das hat nicht geholfen. Sie waren sehr depressiv. Die Mutter konnte kaum zur Arbeit gehen. Und auch die jüngere Tochter, sie hat sich mehr und mehr verschlossen. Sie konnte mit den Freunden nicht mehr kommunizieren. Und die mld war mehr und sie nicht mit mit ihren Ärzten psychologen und letztendlich hat sie dann starke Medikamente genommen. Und es ging eine Zeit lang und es wurde dann so schlimm und die Mutter dachte sich ich mache Selbstmord. Ich kann das nicht mehr aushalten. Aber sie musste an ihre jüngere Tochter denken, denn sie machte ja genau dasselbe durch. Und sie wollte sie nicht alleine lassen. Aber die jüngere Tochter hatte leider genau dieselben Gedanken. Auch sie wollte ihr Leben mit Selbstmord begehen. Und eines Tages wo die Mutter auf der Arbeit war, sie ruft ihre Mutter an und sagt, Mama, das war's, ich mache jetzt Schluss. Und hat einfach den Hörer aufgelegt. Und sie hat diese starken Medikamente, die die Mutter zu Hause hatte, und sie hat die ganzen Packungen gegessen, damit sie einfach einschläft und nicht mehr aufwacht. Und die Mutter ist dann voller Schrecken schnell nach Hause gefahren und hat schnell den Notarzt gerufen und sie konnten sie noch mal retten. sie haben ihren Magen ausgepumpt von diesen ganzen Medikamenten und sie konnte halt am Leben bleiben und das Leben ging weiter aber es war nicht leicht. Die Familie hatte sehr große Schulden bekommen. Und die Mutter musste zu einer Freundin gehen und Geld leihen. Und sie ist zu ihr hingegangen und sie sagt könntest du mir Geld leihen mir geht es finanziell sehr schlecht. Und die Frau sagte wir können leider nichts leihen weil wir gerade selbst kein Geld haben. Und diese Frau sie war Christin und sie sagt zu dieser Frau wenn ich euer Leben so anschaue dann gibt es nur noch einen einzigen der euch helfen kann und sein Name ist Jesus Christus und die Mutter dachte sich wir haben jetzt alles schon probiert Ärzte Medikamente Therapeuten nichts hat geholfen und sie sagte sich selbst wir probieren es nur noch mal mit Jesus und wenn das nicht klappt dann kann ich und meine Tochter immer noch Selbstmord begehen und die Christin fragte die beiden darf ich mit euch beten möchtet ihr Jesus Christus in euer Leben aufnehmen und sie sagten ja lasst uns beten und in diesem Gebet haben sie ihr Leben Jesus Christus abgegeben und die Mutter erzählte dass in diesem Moment etwas in ihrem Herzen geschehen ist sie hat noch nicht verstanden was genau aber etwas ist geschehen und diese Christin die hat immer versucht die einzuladen in den Gottesdienst aber sie wollten erst mal nicht kommen die ganze Zeit aber dann hat sie sich doch überreden lassen und kam zu dem Gottesdienst und dadurch dass sie so verschlossen waren sie wollte nicht mit den Menschen reden sie kam immer später zum Gottesdienst damit keiner mit ihr spricht und sie ging immer früher damit keiner mit ihr spricht und das tat sie eine Zeit lang und sie merkte dass die Gottesdienste ihr gut getan haben und sie merkte dass die Leute in der Gemeinde sehr offen zu ihr waren und sie herzlich willkommen geheißen haben und sie öffnete sich mehr und mehr und fing sogar an die Bibel zu lesen und sie hat gemerkt immer wenn sie abends die Bibel gelesen hat dann konnte sie die Nacht durch schlafen denn davor hat sie die ganze Zeit Albträume gehabt und sie dachte erst mal dass es ein Zufall ist aber sie hat immer immer wieder abends gemacht gebetet und die Bibel gelesen und das hat ihr dann sehr gut geholfen und dann wollte sie die Wassertaufe annehmen sie wollte Mitglied werden in der Gemeinde aber eine Frage hat sie immer wieder gestört sie sagte zu Gott wie kann ich und meine jüngere Tochter gerettet werden wenn ich nicht weiß was mit meiner älteren Tochter geschehen ist sie hat ja die Christen und auch andere Christen haben ihr genau dasselbe bestätigt nur durch die Vergebung Jesu Christi kommen wir in den Himmel und diese Frage hat sie immer wieder gequält und sie betete zu Gott und eines Tages war sie zu Hause in ihrem und Gott führte sie zu einem Schrank und da war so eine kleine Bibel drin und das war die Bibel die ihre älteren Tochter gehört hat sie hatte sie schon mal in der Hand gehabt aber sie hat sie niemals geöffnet und sie öffnete diese Bibel und dort war ein Übergabegebet da war dieses Gebet drauf geschrieben und da war so ein freier Platz wo man seinen Namen eintragen konnte zum Beispiel ich Michael Pfeiffer gebe mein Leben Jesus Christus ab und die ältere Tochter sie hat ihren Namen dort eingetragen und Gott zeigte der Mutter hier schau schwarz auf weiß deine Tochter ist in meiner Hand sie ist in Sicherheit und die Mutter hatte eine sehr große Freude an diesem Tag sie hat Gott gelobt sie nahm mit Freude die Wassertaufe an und ihre jüngere Tochter auch und die Mutter sagte zu Gott das was du mir gegeben hast diese Freude ich möchte diese Freude allen erzählen und Gott sagte zu ihr er sagte zu ihr sie hat das am Anfang nicht ganz verstanden aber später wurde es klar sie wechselte die Gemeinde mit ihrer Tochter und diese andere Gemeinde hatte einen speziellen Dienst gehabt sie wusste das aber am Anfang nicht sie haben einen Dienst gehabt dass sie ins Gefängnis gegangen sind in ihrer Stadt und das war kein gewöhnliches Gefängnis das war ein Gefängnis ein Hochsicherheits Gefängnis wo die größten Straftäter dort sind und sie hat verstanden dass Gott möchte dass sie dort hingeht mit den Brüdern und Schwestern die diesen Dienst führen dass sie auch diesen Dienst mit macht sie hat mit dem Pastor gesprochen der Pastor war mit einverstanden und so ging sie dann hin und sie wusste nicht wie sie reagieren wird auf diese Straftäter aber sie hat sich einfach darauf eingelassen und Gott vertraut und als sie vor diesem Straftäter saß hat sie selber danach erzählt sie war sehr erstaunt darüber dass Gott ihr so eine Liebe zu diesem Menschen gegeben hat und sie erzählte diesen Straftätern was in ihrem Leben geschehen ist und sie erzählte diesen Menschen dass Jesus auch sie liebt und ihnen vergeben möchte ihre Sünden und so ist ihr Dienst geboren und das hat sie eine Zeit lang gemacht und wisst ihr was ihre finale Prüfung war dass sie den Mörder ihrer Tochter vergeben sollte sie hat dann später erfahren dass dieser Mörder genau in diesem Gefängnis ist wo sie diesen Dienst hat und am Anfang war sie schockiert und sie sagte Gott ich weiß nicht ob ich dafür bereit bin aber sie vertraute wieder Gott hat sich gedemütigt und sagte ich möchte das tun und sie wollte dieses Treffen mit diesen Menschen haben und durch ihren Dienst hat sie einige Straftäter kennengelernt die sich schon bekehrt haben zu Jesus Christus und sie sagt ihnen ich warte auf ihn ich möchte mit ihnen reden aber die anderen Straftäter sagen es ist lieber besser du machst das nicht er ist ein sehr harter Mensch und er ist nicht gut aber sie sagt ich möchte trotzdem mit ihm sprechen und sie fragten ihn ob er bereit wäre auf so ein Treffen die anderen haben ihn gefragt die anderen Straftäter haben diesen Mörder gefragt aber er hat ihn abgeblockt er wollte nicht aber es kam dann so dieser Mann wurde sehr krank Krebs im sehr fortgeschrittenen Stadion und die haben ihn vom Gefängnis aus in ein Krankenhaus versetzt und dort wurde er bewacht und Gott hat das alles dann so geführt dass diese Frau zu ihnen hinkommen konnte aber sie musste einen Weg über die Behörden nehmen und als die Behörden gehört haben dass die Mutter mit dem Täter sich treffen möchte und sie hatten sehr große Sorgen Weil sie dachten, vielleicht möchte sie ihnen noch was antun. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir lassen es zu. Aber wir stellen eine Sozialarbeiterin mit zur Verfügung. Und im Krankenhaus war noch ein katholischer Seelsorger. Und in dieser больнице war auch ein katholischer Seelsorger. Er muss auch dabei sein. Falls die ganze Situation eskaliert. Damit die Menschen eingreifen. Und diese Frau, die ging in dieses Krankenhaus. Und sie kam in dieses Zimmer, wo er lag. Und er war schon sehr schwach. Er lag nur noch im Bett. Und sie ging auf ihn zu. Er streckte seine Hand zu ihr aus. Und sie streckte ihre Hand zu ihr aus. Und sie haben sich die Hände gegeben. Und der Mörder sagte zu dieser Frau, Ich habe sehr schreckliche Taten getan in meinem Leben. Und ich möchte sie um Vergebung bitten. Und diese Frau sagte, ja, ich weiß. Ich weiß, was sie getan haben. Ich weiß, was sie getan haben. Und deshalb bin ich heute hier. Und deswegen bin ich heute hier. Ich möchte sagen, dass ich ihnen vergeben möchte. Dass ich ihnen vergeben möchte. Und ich kenne noch jemanden, der ihn auch vergeben möchte. Sein Name ist Jesus Christus. Er kann ihnen ihre Sünden vergeben. Und die Frau fragt diesen Mann. Darf ich für sie beten? Möchten Sie Jesus Christus in ihr Leben hineinnehmen? Und er sagte, ja. Er hat die ganze Zeit ihre Hand gehalten. Und sie fing an für ihn zu beten. Und er nahm Jesus Christus an diesem Tag in seinem Leben an. Und diese Frau hat danach erzählt. Die Gegenwart Gottes war sehr zu spüren in diesem Raum. Und sie wollte nicht weggehen. Weil sie Gott gespürt hat in diesem Moment. Und die erste Person, mit der sie danach gesprochen hat, das war diese Sozialarbeiterin. Und diese Sozialarbeiterin, sie sagte, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ich bin so froh, dass ich das miterleben durfte. Und diese Frau sagt, möchten auch Sie Jesus Christus in ihr Leben einnehmen? Und sie sagte, ja. Und auch für sie hat sie gebetet. Und für sie hat sie gebetet. Und für sie hat sie gebetet. Ja, preis dem Herrn, Brüder und Schwestern. Slaue Gott, Bratia und Sästere. Das kann nur Jesus Christus tun. Das kann nur Jesus Christus tun. Wir erinnern uns an die Worte von Saul. Wer findet seinen Feind und lässt ihn am Leben? Wer findet seinen Feind und lässt ihn am Leben? Menschlich gesehen ist das unmöglich. Aber человечески, das ist unmöglich. Wäre ich an ihrer Stelle oder du an ihrer Stelle? Dann würden wir wahrscheinlich was anderes tun mit diesem Menschen. Aber diese Frau hat auf Gott gehört. In ihren Augen war es besser, ihren Mörder der Tochter zu vergeben. Es sind 14 Tage vergangen. Dieser Mensch ist an seiner Krankheit gestorben. Und schaut mal, dadurch, dass diese Frau den Willen Gottes erfüllt hat. Die ältere Tochter war errettet. Sie hat ihr Leben Jesus übergeben. Die Mutter wollte Selbstmord begehen. Wir verstehen, dass wenn man Selbstmord macht, es im Prinzip die Hölle bedeutet. Die jüngere Tochter wollte Selbstmord begehen. Aber dadurch, dass sie den Mörder vergeben hat, wurde sie selber errettet. Sie wurde selbst errettet. Ihre Tochter. Und am Ende wurde sogar der Mörder vergeben. Und am Ende wurde sogar der Mörder vergeben. Und sie sagte, ich weiß jetzt, dass dieser Mörder und meine Tochter jetzt oben im Himmel sind. Und für meine Tochter ist es okay. Und für meine Tochter ist es okay. Denn sie sind in einer großen Freude. Und ich persönlich denke nicht, dass Gott es wollte, dass ihre Tochter auf so eine grausame Art und Weise stirbt. Aber Gott hat aus dieser schrecklichen Tat etwas sehr, sehr Gutes gemacht. Und das ist die Gnade Gottes. Und Jesus Christus streckt heute seine Hand zu dir und zu mir aus. Und er möchte uns einen Tausch anbieten. Er sagt, gib mir deinen Schmerz. Er sagt, lass diese Person oder diese Personen aus deinem Herzen heraus. Und diese Menschen, die uns etwas Schlechtes getan haben, wir halten sie als Gefangenen in unseren Herzen fest. Und Jesus sagt, lass sie los. Und ich gebe dir dafür meinen Frieden. Und ich möchte deine Seele heilen. Ich möchte unsere Schriftstelle lesen. Matthäus, Kapitel 6, Vers 14 und 15. Matthäus 6, Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Wisst ihr, Opfer haben es am schwierigsten. Erst machen sie eine große Ungerechtigkeit durch. Und dann müssen sie auch noch vergeben. Und wir haben heute die Wahl. Wie einst David diese Wahl hatte. Was wir mit unseren Feinden machen. Wir können mit diesen Schmerzen und dieser Verbitterung leben. Wir können mit diesen Schmerzen und mit diesen Schmerzen weitergehen. So wie diese Frau vielleicht. Wie diese Frau war zuerst. Sie hat versucht, Medikamente. Sie hat versucht, Medikamente. Mit Ärzten, Psychologen. Mit Ärzten, Psychologen. Manche trinken Alkohol. Nекоторые in Alkohol. Oder Drogen. Oder in Narkotiken. Und wenn das alles nicht hilft, ist das die meiste Ausweg dann der Selbstmord. Und wenn das oft nicht passiert, der einzige Weg ist das Selbstmord. Oder wir wählen die Heilung. Oder wir wählen die Heilung. Aber die Heilung, sie hat eine Voraussetzung. Aber die Heilung, sie hat eine Voraussetzung. Aber die Heilung hat eine Voraussetzung. Und das ist nämlich die Vergebung. Durch die Vergebung bekommen wir Heilung. Und ich möchte jetzt mit euch ins Gebet gehen. Und noch eine letzte Bibelstelle lesen. Das ist Matthäus, Kapitel 5, Vers 44. Matthäus 5, Vers 45. Matthäus 5, Vers 44. Und hier sagt Jesus folgendes. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und ich möchte jetzt mit euch in zwei Richtungen beten. Ich möchte jetzt mit euch in zwei Richtungen beten, dass Gott an erster Stelle uns hilft, diese Menschen zu vergeben. Es ist oft wirklich sehr schwierig. Und wir brauchen die Hilfe. Und Jesus gibt uns hier aber noch einen Ratschlag. Er sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Betet für die, die euch verfolgen. Und ich denke, das ist ein sehr großer Schlüsselmoment. Wenn wir anfangen, für unsere Feinde zu beten, dann fängt Gott an erster Stelle an, in unserem Herzen etwas zu verändern. Wir fangen an, diese Menschen zu sehen durch die Augen Jesu Christi. Und wir bekommen Liebe für sie, wie es bei dieser Frau war mit diesen Straftätern. Und wir brauchen in diesen Menschen zu lieben, wie diese Frau lieben dieses преступlichen. Ich möchte gerne mit euch ins Gebet gehen, ich möchte mit euch in die Berge gehen, dass Gott uns jede einzelne hilft, dass Gott uns jede einzelne hilft, dass Gott jedem kein Engelmer will kommen. Amen. Amen.